Seitdem ich die Videos poste, werden mir auf Social Media viele Fragen gestellt. Das Video dient dazu, euch ein paar Fragen zu beantworten. Alle meine Videos entstehen vor dieser grünen Wand. Die grüne Wand kann man auch nutzen, um irgendwelche Bilder darauf zu projizieren. Apropos Bilder, die meisten Bilder sind im Beziel Corgan entstanden und habe ich selbst editiert, wie z.B. das hier oder auch das hier. Das ist wohl die Frage, die am meisten gestellt wird. Ich wollte einfach etwas machen, das niemand sonst macht. Und ich glaube, das ist mir definitiv gelungen. Die ganzen Programme bringe ich mir selber bei. Ich schaue YouTube-Filme, recherchiere im Internet und ich interessiere mich seit über 30 Jahren für die Digitalisierung. Glücklicherweise habe ich schon seit den 80 Jahren Zugang zu einem Computer. Wie bereits erwähnt, wollte ich etwas anderes machen als die anderen. Falls ihr mich als Kantonsrat wählt, würde ich weiterhin solche Videos machen, mit aktuellen Themen aus dem Ratshaus. Bis dahin könnt ihr meine politischen Positionen anlesen auf www.awob.ch Das ist sehr unterschiedlich. Das Video z.B. mit der Kerstin Steiner ist 2 Stunden zum Filmen gegangen und hat etwa 7 Stunden in der Nachbearbeitung gebraucht. Andere Videos dauern eine halbe Stunde bis eine Stunde zum Filmen und 2-3 Stunden in der Nachbearbeitung. Nein, definitiv nicht. Und darum zeige ich euch jetzt ein paar Szenen mit Sachen, die nicht funktioniert haben. Also viel Spass dabei! Wenn ihr mal einen Politiker wählt, der nicht nur seine Reden auf ein Tablet aufschreibt. Wenn ihr mal einen Politiker wählt, der nicht nur... Wenn ihr mal Politiker wählt wählen... Wenn ihr mal... Wenn ihr mal Politiker wählt wählen... Wenn ihr mal seinen Wohnsitz nicht nur... Wenn ihr mal einen Politiker wählt... Wenn ihr mal einen Politiker wählt... Wenn ihr mal einen Politiker wählt, der sein Wohnsitz nicht nur... Komm, machen wir gleich weiter! Dann wählt uns Adrian Wegmann und Kerstin Steiner... Zweimal auf eure Liste auf! Mehr Details von mir finden... Dann wählt mich! Giveaways! Giveaways! Wenn ihr mal einen Politiker... Wenn ihr mal einen Politiker wählt... Und Insta... Sorry, gar nicht gelacht... So gut! Wenn ihr mal einen Politiker wählt... Brrrr... Brrrr... Jetzt kannst du einen Kaffee trinken... Dann wählt mich! Adrian Wegmann für den Kantonsrat... Brrrr... Besten Dank für jede Stimme! Nicht so schlecht! Einfach da! Gurtstag! Karte mal! Gurtstag! Bistad, mein Wortmeld! Fakt! Fakt! Acht! Bistad, mein Wortmeld!